Die natürliche Behandlung der Lippen mit einer Hyaluronsäureunterspritzung kann verschiedene Folgen mit sich bringen. Vor allem künstlich aussehende Lippen sind nicht gefragt, zumindest auch bei uns nicht angeboten. Es wird eine Konturbereicherung, eine leichte Volumenzugabe und dann eine Filtrumdefinition durchgeführt und so kann jede Patientin nach einer Behandlung auch schön lächeln.